Eier sind seit Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel in vielen Kulturen. Sie sind vielseitig und aus der Küche nicht wegzudenken. Doch Eier sind nicht nur lecker und einfach zuzubereiten, sie sind auch wahre Nährstoffbomben mit einer Vielzahl positiver Effekte auf die Gesundheit. Eier sind ein fester Bestandteil einer gesunden Ernährung. Ob als Rührei zum Frühstück, gekocht im Salat oder als Zutat in zahlreichen Gerichten. Zwei Eier täglich sollten in keinem Ernährungsplan fehlen. Denn sie bringen überraschend viele Vorteile für den Körper mit sich. Eier liefern nicht nur hochwertige Proteine, sondern auch wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit fördern. Das ist wirklich spannend. In diesem Video zeige ich euch 10 faszinierende Dinge, die passieren, wenn ihr zwei Eier pro Tag esst. Wir zeigen dir nicht nur die offensichtlichen Vorteile wie Muskelaufbau, sondern gehen auch auf weniger bekannte Effekte ein, die dich vielleicht überraschen werden. Ich zeige dir, wie dieses einfache Nahrungsmittel deine Gesundheit in vielerlei Hinsicht unterstützen kann. Hier sind 10 Dinge, die passieren, wenn du zwei Eier pro Tag isst. Eier sind eine reiche Quelle an Cholin, einem Nährstoff, der für die Gehirnfunktion essentiell ist. Cholin ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Zellmembranen und spielt eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Neurotransmittern, die für die Signalübertragung im Gehirn verantwortlich sind. Der tägliche Verzehr von zwei Eiern versorgt den Körper mit einer guten Menge Cholin, was das Gedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit spürbar verbessert. Eine ausreichende Cholinaufnahme ist für die kognitive Gesundheit im Alter von entscheidender Bedeutung. 2. Gesunde Augen durch Lutein und Ceaxantin Eier enthalten die Antioxidantien Lutein und Ceaxantin, die ihre Augen schützen. Diese beiden Nährstoffe filtern schädliches blaues Licht und reduzieren so das Risiko altersbedingter Augenerkrankungen wie Makuladegeneration und Katarakte. Zwei Eier täglich sollten für eine gesunde Augengesundheit und bewahrte Sehkraft auf dem Speiseplan stehen. Der Dotter enthält eine besonders hohe Konzentration dieser wichtigen Substanzen. 3. Stabilerer Blutzuckerspiegel Eier enthalten hochwertiges Protein und gesunde Fette, die den Blutzuckerspiegel stabil halten. Das ist ein Fakt. Dies ist ein klarer Vorteil für Menschen, die ihre Kohlenhydrataufnahme reduzieren möchten oder an Insulinresistenz leiden. Zwei Eier am Tag sorgen dafür, dass der Blutzucker nach dem Essen nicht so stark ansteigt. Das hält das Energielevel konstant und beugt Heißhungerattacken vor. 4. Förderung der Muskelmasse Eier sind die beste Quelle für hochwertiges Protein und unerlässlich für den Muskelaufbau und Erhalt. Für Menschen, die körperlich aktiv sind oder Muskelmasse aufbauen möchten, ist ein täglicher Eikonsum ein absolutes Muss. Die enthaltenen Aminosäuren, allen voran Leuzin, spielen eine entscheidende Rolle bei der Proteinsynthese und fördern so den Muskelaufbau. Zudem beschleunigt der Verzehr von zwei Eiern nach dem Training die Regeneration. 5. Verbesserte Knochengesundheit durch Vitamin D Eier sind eines der wenigen natürlichen Nahrungsmittel, die Vitamin D enthalten und damit eine wichtige Quelle für die nötige Zufuhr an diesem wichtigen Vitamin. Dieses fettlösliche Vitamin ist unverzichtbar für gesunde Knochen. Es unterstützt den Körper nämlich dabei, Calcium effizienter aufzunehmen. Zwei Eier pro Tag liefern dem Körper eine wichtige Dosis Vitamin D. Das stärkt die Knochengesundheit und beugt Osteoporose und Knochenbrüchen vor. 6. Förderung eines gesunden Herzkreislaufsystems Die früher gängige Annahme, dass Eier den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen, ist falsch. Im Gegenteil. Neuere Studien belegen, dass der Verzehr von Eiern das gute HDL-Cholesterin erhöht. Zwei Eier täglich senken das Risiko von Herzkreislauferkrankungen. Das ist Fakt. HDL hilft, überschüssiges Cholesterin aus dem Blut zu transportieren. Eier enthalten außerdem Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken und die Herzgesundheit fördern. 7. Unterstützung der Hautgesundheit Eier enthalten reichlich B-Vitamine, insbesondere Biotin, Vitamin B7, das für die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln unerlässlich ist. Biotin ist ein echtes Power-Vitamin, denn es unterstützt die Produktion von Keratin. Und das ist wiederum ein Protein, das für die Struktur von Haut und Haaren verantwortlich ist. Zwei Eier pro Tag stärken die Hautbarriere, fördern das Haarwachstum und wirken brüchigen Nägeln entgegen. 8. Gewichtsmanagement durch Sättigung Eier sind die perfekte Wahl für alle, die ihr Gewicht halten oder reduzieren möchten. Eier liefern hochwertiges Eiweiß und gesunde Fette, die für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Studien belegen, wer Eier zum Frühstück isst, hat über mehrere Stunden hinweg weniger Hunger und nimmt im Laufe des Tages insgesamt weniger Kalorien zu sich. Zwei Eier täglich sind ein effektiver Bestandteil einer jeden Ernährungsstrategie zum Gewichtsmanagement. 9. Unterstützung des Immunsystems Eier enthalten eine Vielzahl von Vitaminen und Mineralien, die das Immunsystem unterstützen. Daran gibt es keinen Zweifel. Vitamin A, Vitamin D, Selen und Zink sind für die Immunabwehr unverzichtbar. Ein starkes Immunsystem ist der beste Schutz vor Infektionen und Krankheiten. Der regelmäßige Verzehr von zwei Eiern ist der beste Weg, um die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken. 10. Besserer Schlaf durch Tryptophan Eier enthalten eine wichtige Aminosäure namens Tryptophan, die maßgeblich an der Produktion von Serotonin und Melatonin beteiligt ist. Diese beiden Hormone regulieren unseren Schlaf-Wachrhythmus. Der Verzehr von zwei Eiern füllt die Tryptophan-Speicher im Körper und sorgt so für einen besseren Schlaf. Dieser natürliche Ansatz ist besonders für Menschen mit Schlafstörungen geeignet. Zusammenfassung Zwei Eier täglich sind ein Muss für ihre Gesundheit. Sie bieten mehr als nur Muskelaufbau. Eier fördern die Gesundheit des Gehirns, der Augen und der Knochen, stabilisieren den Blutzuckerspiegel und unterstützen das Immunsystem. Sie sorgen für ein besseres Hautbild und fördern sogar einen gesunden Schlaf. Eier sind ein echtes Superfood. Sie enthalten hochwertiges Protein, gesunde Fette und eine breite Palette an Vitaminen und Mineralien. Integriere zwei Eier in deine tägliche Ernährung und verbessere nachhaltig deine Gesundheit. Du wirst von den positiven Effekten auf den Körper langfristig profitieren. Dabei lassen sie sich ganz einfach in den Alltag integrieren und bieten unzählige Zubereitungsmöglichkeiten, ob gekocht, gebraten oder als Omelette. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mehr über die erstaunlichen gesundheitlichen Vorteile von Eiern zu erfahren. Teile in den Kommentaren, wie du Eier in deinen Alltag integrierst und ob du bereits positive Veränderungen bemerkt hast. Teile das Video mit deinen Freunden und deiner Familie und abonnier unseren Kanal, um keine weiteren spannenden Inhalte rund um Gesundheit und Ernährung zu verpassen. Eier in den Kommentaren, wie du Eier in den Kommentaren